Hallo Freunde! Hier ist wieder der Willemann Jetzt sind wir beim Spachteln Da ist der Kollege Das reicht, oder? Was meinst du? Ja, ja, wenn nicht Ja, du machst das Da kommt die Spachtelmarze drauf Und da ist ein Beulen Und das ist der Beulendock Das ist der hier Der Eskro Du musst mal selber filmen Der Pillemann Nein, der Pillemann Der Pillemann ist wie Chuck Norris Alles klar Na, Siggi So, wie lange dauert das hier zum Spachteln? Nein, klar So, Freunde Spachteln die Erste Spachteln die erste Typische Hinterhof-Spachteln wieder Ein Radl wärs halt besser, ne? Egal Wer denn spachteln kann muss viel schleifen Egal, wer denn spachteln kann muss viel schleifen Egal, wer denn Spachteln kann